Willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario. Im letzten Part gab es das große Finale. Wir haben das Spiel durchgespielt, die Credits gesehen und Lumiere und Timpani sind wieder glücklich vereint. Das heißt aber auch, wir haben Tippy nicht mehr. Wir gucken jetzt mal einfach, was passiert, wenn man nach den Credits nochmal ins Spiel geht. Und ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, hoffentlich, die den Part füllen können. Level 20, alle Reihenherzen, Speicherdatei 1. Let's go. Schätze, jetzt kommen wir wieder an. Hey Mario. Oh, ein voller Erfolg. Hey Merlon. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil Tippy so lange weg war. Es war wohl Magie im Spiel. Es ist schon lange her. Diese Stadt, nein, alle Städte sind dank dir wieder sicher. Bitte nimm meinen Dank an. Sag mir, hast du ja das von Tippy gehört? Nee. Achso. Ich leider auch nicht. Scheinbar hat niemand sie gesehen. Aber irgendwie bin ich mir sicher, dass es ihr gut geht. Ja, es geht ihr gut. Und sie ist sicher glücklich. Oh, das lange ist aber ziemlich traurig, oder? Nun, du warst so lange fort. Sicher willst du auch ein paar alte Freunde besuchen. Hey, ich war im letzten Part noch hier. Es ist gar nicht lange her. Nimm dir Zeit. Ich bin hier. Du kannst gerne jederzeit vorbeikommen. Auf Wiedersehen, werter Freund. Ja, Punkt. Es ist ein bisschen ungewohnt, wenn Tippy nicht mit uns redet, ne? Man kennt es nicht. Wir können zu Peach, Bowser und Luigi wechseln. Kein Problem. Aber es ist wirklich dasselbe, wie eine, die die ganze Zeit sagt, Oh, wir müssen zu Merlon. Wir müssen schnell nichts, das nächste reine Herz finden. Siehen und die Dunkelheit am Himmel. Welche Dunkelheit? Nein, keine da. Ich sag nochmal, hier heim. Warum hast du denn den Schmöker jetzt noch hier liegen? Ich meine, es ist doch vorbei. Oh, ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wie geht es euch? Ich habe Nachforschung über diese Stadt und andere Zivilisationen angestellt. Ich glaube, dass es geheime Hinweise gibt, wie man diese Welt verbessern kann. Tippy liebte diese Welt. Sicher hätte sie gewollt, dass sie ein besserer Ort wird. Die Welt, die ihr gerettet habt. Das war's. Das ist jetzt der Abschied von Merlon. Vielleicht sollten wir vollständigkeitsherber ganz kurz nach Flopstadt gehen und Nollrem einen Besuch abstatten. Ich meine, dem kann man genauso gut high sagen. Man kann jetzt mit jedem Charakter nochmal reden. Und man kann jetzt in jedes Kapitel gehen. Bei einigen lohnt es sich auch. Bei einigen lohnt es sich auch. Vor allen Dingen das sechste. Das sechste Kapitel haben wir als einziges überhaupt nicht gespielt, quasi. Das ging ja irgendwie in 6-2 zu Ende. Und jetzt können wir es weiterzocken. Nollrem. Vor langer Zeit war das dunkle Prognostikon im Besitz unserer Vorfahren. Doch ein Teil von ihnen erlag seiner dunklen Macht. Und so stahlen sie es. Knickwitz-Vorfahren. Das dunkle Prognostikon hat ihn verändert. Aber das ist Vergangenheit. Es zählt nur, dass er wieder ein gutes Herz hat. Tippy und er leben sicher irgendwo glücklich zusammen. Das glaube ich ganz fest. Jaja, nachdem wir das nach den Credits im letzten Part gesehen haben, glaube ich das auch. Weil ich habe es da einfach gesehen. Ich hoffe, wenn Flop stand, gibt es im Moment nicht viel mehr zu tun. Ja, also wie man diese Grube der 100 Prüfungen öffnet, das kann ich ja dann zeigen. Da muss man mit Luigi hochjumpen. Ja, das eilt er jetzt auch nicht. Ja, das Wichtigste wird mal Folgendes sein. Wollte ja noch ganz kurz abchecken, ob er alles seine Richtigkeit hat. Ich würde mal sagen, das Wichtigste nach Abschluss des Kapitels hier, nach Abschluss der Story, ist das letzte Pixel zu holen. Und zwar in Kapitel 5. Nein, Moment. Ganz und gar nicht. Das war Kapitel 3. Kapitel 5 möchte ich da nachhänden. Wir gehen zu Konrad. Konrad, der hatte doch ein Fable für Tipi, oder? Der wäre doch traurig, wenn es Tipi nicht mehr gäbe oder so. Deswegen kümmern wir uns drum. Und generell, was hält Konrad davon, dass wir die Welt gerettet haben? Das kann man ja auch mal fragen. Das kann man ja auch mal fragen. Hallo. Kam jetzt nicht schon hier die Tür davon, wo man die Schlüssel sammeln musste? Ja. Stopp! Achso. Der Miezenlaser. Hier ist die heiße Braut. Meister zurückgekehrt. Meister zurückgekehrt. Miau. Miau mag das glücklich. Was hörst du mit deinem Laser auf? Er hat einen kleinen fehlernder Optik. Das ist das Ziel. Äh, Konrad. Ja, ich rede mit Peach. Mit dir. Als Peach. Wenn ich etwas super seltenes sehe, muss ich einfach besitzen. Aber diesen Schmetterling gegen seinen Willen festzuhalten, war keine gute Idee. Ich, äh, ich glaube, ich habe genug von solchen Geschichten. Dieses Mal hat ein Nerd in mir dagegen etwas Unglaubliches geschaffen. Du kannst es gar nicht abwarten. Wie? Mach dich bereit. Und hier kommt... Ein Meisterwerk. Ein 1 zu 1 Nachbau von Tippi mit echten Flügelbewegungen. Ich werde sie Tiptron nennen. Hey, das ist nicht mein Name. Ich heiße Tippi. Oh, hast du das gehört? Sie imitiert Tippis Stimme. Fast perfekt. Tiptron kann sogar flattern. Und sie ist so ziemlich das Feinste vom Feinsten. Tiptron hat mir den Elite-Status auf Lepidopteron hergesichert. Oh, wärst du eventuell daran interessiert, sie zu kaufen? Ich spare für die Erstausgaben von Raumschiff Grosje und die muss ich ja einfach haben. Ich würde die Tiptron für ganze 999 Münzen verkaufen. Das ist ein krasser Preis für ein so seltenes Sammlerstück. Interesse? Ja. Ich wusste, du könntest so etwas vor ihm nicht widerstehen. Du bist damit der Besitzer des einzigen Tiptrons im ganzen Universum. Tja, meine ganzen Coins. Wobei, wir haben noch einen Goldbarren auf dem gelagerten Supermarkt, ne? Der Roboter-Nachbau von Tippi. Tiptron hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Sie sieht der echten Tippi täuschend ähnlich und spricht auch, wie sie... Nun, bereit zu gehen. Also, die Erklärung. So behalten wir Tippi, obwohl sie laut Story weg ist. Die kreativen Säfte in meinem Hirn fließen. Ich habe eine Inspiration. Sieh nur, Welt. Tiptron 2. Feiner geht es nicht mehr. Diese Version ist doppelt so rar wie das Vorgängermodell. Miauberg. Nachos mit extra Käse ins Roboter-Labor. Jetzt. Damit können wir jetzt auch wieder... Das ist Konrad. Liebt Anime, Videospiele und Comics über alles. Er hat vielleicht nicht viele Ahnung von anderen Dingen, aber er ist ein Experte auf dem Gebiet des Nerdwissenschaften. Er hat mich gebaut. Gebaut. Mich. Nein, ich bin Tippi. Ich wurde von niemandem gebaut. Ähm. Das werde ich euch gleich noch ein bisschen näher führen bei Standardgegnern. Das ist schon mal erwähnenswert und wichtig. Tipptron. Das kann man nicht einfach so liegen lassen. Gut. In Kapitel 5.2. Ihr braucht es nicht. Ihr braucht es nicht, aber ich gebe euch nochmal Tipps, wie man extrem gut an Geld kommt. Ich hoffe, ich finde den Ort. Irgendwo in Kapitel 5.2. Gibt es eine goldene Suselwusel? Ich zeige euch erstmal, wie das hier läuft jetzt. Dieser gefährliche Kaktus wird Poké genannt. Kapitel 6.2. Und dieser Kaktus kann sich bewegen. Ist er nun eine Pflanze oder ein Tier? Er wirft mit dornigen Teilen seiner selbst. Sehr, sehr unangenehm. Einen mit Dorn bestückten Kaktus sollte man auch nicht berühren oder aufnehmen. Hm. Eigentlich dachte, dass hinter jeder Aussage direkt sowas ist. Das kommt wie, das würde Tipi sagen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Kann ich ganz kurz hier mal durchlatschen. Oh, hier liegt was. Die Urfrucht. Okay. Wir haben ja Zeit. Der Part wird trotzdem relativ kurz. Irgendwo hier in diesem Bereich muss es sein. Die goldene Suselwusel oder Dusel. Die werde ich dann auch gleich mal scannen. Und wenn ihr dann Geldnot habt, seid ihr bei der genau richtig. Jetzt finde ich die natürlich nicht auf Anhieb. Ist ja klar. Wäre ja zu schön gewesen. Doch, da ist sie. Ha, ohne Schnitt. Eine Suselwusel. Man findet sie nur selten. Zudem sind sie sehr flinke Geschöpfe. KP 30, Angriff 10. Bemerkt man eine von ihnen, flüchten sie sofort. Ihre Lieder sind auch nicht zu unterschätzen. Wirklich keine einfache Beute. Oh. Jetzt ist es in einer anderen Dimension. Okay, das gibt Ärger. Das gibt Beef. Blümchen. Ah, die haut doch ab, ne? Oh nein, jetzt habe ich die komplett verloren. Kann das? He, he, he. Also im Ernstfall könnt ihr Donnerzorn oder sowas einsetzen. Jetzt hätte ich auch gerne gezeigt, wie viel Geld die gibt. Ich hoffe, die kommt nochmal. Das ist richtig peinlich gelaufen, Mann. Tiptron. Sag doch auch mal was. Ähm. Ist nicht wieder da. Aber ich habe euch gezeigt, wo Tiptron sich befindet. Ist das nicht okay von mir? Gut. Das ist es wohl. So. Als nächstes. Habt ihr mir gesagt, ich soll in Kapitel 5.1 nochmal nachschauen? Wir gucken. Äh. Äh. Ebenfalls im fünfte Gebiet. Ich bin zu weit gelaufen. Das hätte ich auch schon machen können. Hole ich es jetzt nach? So, so, so. Hallo, Karl. Klipstein, ho, ho, ho. Klipstein, ho, ho. Und nochmal, wow, wow, wow. Klipstein, ho, ho. Immer weiter. Perfektes Timing. Zum Gedenken an den Tag, an dem ich die Welt rettete, habe ich diesen Langspielbrocken auf den Markt gebracht. Du willst den Namen des LBs hören? Klipsteins größte Hits. Ich sage es klipp und klar. Hör doch mal rein. Lass dich von meiner tollen Stimme mitreißen. Klipstein, ho, ho. Wow, superkall, wow. Okay. Oh, echt. So, hier irgendwo, ne? Jawohl, da soll ich rein. Aber was es da gibt, weiß ich nicht genau. Ohne Witz. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ich soll da hin. Da gibt es was Tolles zu sehen. Was Zeigenswertes. Da ist ja wirklich was los. Was ist denn im Wasser? Darf ich mal so anfangen. Nix. Ha, nix. Macht euch nicht schwach. Ja, gut. Das ist schon mal gut für mein Konto. Dass ich das ein bisschen erholt. Nicht, dass wir es bräuchten, aber... Das gönne ich mir. Herr Pard wird sowieso kürzer sein als die meisten anderen. So. Jetzt bin ich oben. Ach, ihr! Wacko, ich bin Wacka. Ein perfekter Tacken-Tipp-Bollowu. Man meint, fast an einem Tag wie diesen könnte nichts Schlimmes passieren, Wacko. Ah, ja. Gut, den kennt man auch aus den anderen Games, ne? Wackau. Bitte nicht schlagen. Gibt den Wackers-Kick wie immer. Höcke eines Wackers-Zusatz. Zutat für köstliche Brötchen. Okay. Stimmt. Der wusste nicht, dass es den gibt und so. Ich hab den echt nicht mehr. Und ne Koch-Disk. Vielleicht noch eine der Koch-Disks finden können. Aber das war's, glaube ich. Das war's, glaube ich. Es war halt wirklich wichtig, Tiptron zu kaufen. Und diese Sachen nachzuholen. Ja. Es war fast unnötig, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich könnte ja mit euch noch mal ganz kurz in Kapitel 6 reinschneiden. Weil, da geht's als nächstes hin. Und wir hören uns einfach schon mal an, wie sich das zusammen reimt. Oder wie, was in König-Millets-Königreich überhaupt los ist, nachdem die jetzt doch den Weltuntergang, letztes Abschnitt 6.1, dem Weltuntergang entkommen konnten. Das schauen wir uns an. Da schauen wir uns an. Kurz einen Blick reinwerfen. Kapitel 6.1. Oh, kein Subname. Kein Untertitel. Schön, dass auch hier wieder alles in Ordnung ist. Zum ersten Mal sehen wir das überhaupt. Mit klarem Himmel. Werden wir jetzt von König Millet empfangen? Oder wie schaut's aus? Nein, es beginnt einfach. Ich bin ja, der Blupa, Wächter des Ersten. Warte, dich kenne ich doch. Du bist vorhin geflohen wie ein räuliger Köter. Was noch im Himmel ist weg, doch die Herausforderung steht. Willst du den Schatz des Königs, musst du zuerst an mir vorbei. Wenn du den Palast vor dem 100. Kampf verlässt, musst du wieder von vorn beginnen. Und du beschmutzt gleichzeitig die Ehre deiner Familie. Okay, es gibt gar nicht große... Uh, was? Hält sogar ein bisschen was da aus. Ich sitze in der Tinte. Du bist stark. Der Meister hat dich viel gelehrt. Mögen sich unsere Tentakel eines Tages wieder kreuzen. Das hier, meine lieben Liebenden. Ich hau ab. Ich verschandele den Ruf meiner Familie. Ich habe kein Problem damit. Das machen wir im nächsten Part. Nämlich alle 100 Kämpfer. Freut euch drauf. Ching. Das wird dann im Stream stattfinden. Das heißt, die nächsten Parts sind Ausschnitte aus dem Twitch-Live-Stream. Wundert euch da dann allerdings nicht über eben das Stream-Layout, Alerts und Einblendungen, was so reinkommt. Habt ihr eine Vorstellung davon. Dann natürlich auch wie immer mit Facecam. Denn in Streams wird es immer Facecams geben. In Let's Plays. Ich hatte schon mal ein Infovideo gemacht. Nicht mehr. Super Paper Mario. Das letzte Let's Play mit Facecam. Einfach, weil ich es schon damit begonnen hatte. Hab ich mir gedacht, okay, dann mach ich es auch zu Ende damit. Hab ich kein Problem damit. Und damit ist das hier nicht nur ein sehr kurzer, unspektakulärer und leerer Part, bei dem ich mich auch viel zu oft verspreche, sondern der letzte reguläre Part mit Facecam. Kann man doch so verbuchen als Randnotiz, würde ich sagen. Schläft Tipptrom auf uns drauf. Hervorragend. All the rest. Ich kann mir denken, dass ihr mir noch das eine oder andere in die Kommentare schreibt, was ich noch hätte tun können. Ich sag mal so, es gibt hier und da bestimmt Truhen. Man kann ja auch diese Schatzkarten kaufen und dann die Truhen, die man vergessen hat, holen. Da sind dann irgendwelche Zutaten drin oder so, aber das alles sprengt den Rahmen. Was ich halt noch zeigenswert finde, sind die 100 Recken und die 100 Prüfungen von Flipstadt und von Flopstadt. Und ja, das machen wir noch im Stream, bevor dieses Let's Play offiziell zu Ende ist. Danke heute fürs Anschauen und Dabeisein und reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Bis dann und ciao. Letzter Part mit Facecam. Regulärer Part. Die nächsten Part sind ja auch mit Facecam, aber eben nicht als Let's Play Part aufgenommen, sondern als Stream. Gut, bis dann und ciao.